Mein Chance und schreiben kann. Es gibt vier Millionen Leute in diesem Land, die können das nicht wirklich und sie geben es manchmal auch nicht zu, weil es ihnen auch irgendwie peinlich ist oder so, aber das muss nicht sein, weil, keine Ahnung, 50 Cent und George Bush können auch nicht lesen und schreiben. Insofern, seid ehrlich zu euch selber und ruft einfach das Eifer-Telefon an. Die Nummer ist 0251533344 und da kann euch weitergeholfen werden, die wissen, wo es Kurse gibt, wo man schön lesen und schreiben lernen kann und auch gerne für 58-Jährige, das ist überhaupt kein Problem. Tschüss.